Okay, ich brauche unbedingt noch Instrumente für das neue Video. Was nehme ich denn da? Ich habe ne Idee. Aha, ah yeah. So, willkommen zu der neuen Runde, Aram. Mit Darius. Darius ist ja ein Bekannte und beliebter Champion. Gut, warum kam es in den letzten Tagen so wenig Videos? Also, gar keine. Das liegt am unschönen Fakt, dass ich meinen ganzen Computer mal aufräumen musste. Und dass ich sozusagen mein Headset nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Gut. Okay. Machen wir das Standard. Item. Gedöns schon mal rein. Boah, ne? Entscheidend sind zwei von uns AFK. Ah ne, die haben wir ein bisschen gebraucht noch. Soll sich auch keinen Hektik machen. Loll. Da fuck? Komm her, bitch. Loll, sie klauen mir meinen Kill. Loll. Okay, yo. Oh, wie hab ich das überlebt? Junge, was? Jetzt muss ich mich aber ein bisschen hinten halten. Weil ich so wieder innen dritt bin. Schlitz! Oh nein! 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 Was ist unser Name? Er hat schon sechs Tode. Ich meine, ich bin nicht gut in diesem Spiel. Aber spielt die das zum ersten Mal ohne Spaß? Schon wieder tot! Das ist ein Mell. So, wir spielen eine Runde mit Ash. Zweite Runde des Tages. Ich hab noch nie so ein langes Video aufgenommen, glaube ich. Wird lustig. Ich freu mich drauf. Und neuer Taktik, ich geh einfach immer erst auf die Gegenstände und dann auf die Gegenstände. Ich bin so klug! Ja, Jungs, auch mal. Ja, der Karen ist bei mir. Der Karen, der hat Bock. Der Karen, Alter. Karen, ja, man, Karen! Ich bin gut drauf, Jungs. Die erkennt ich wieder. Die hab ich mal gespielt. Flitsch! Ja, ja. Die Ash ist so ein schöner Champion. Hat immer wieder Spaß, ne Echt zu spielen. Bin ein bisschen gierig, das geb ich zu. Killsteal! Das war richtig ekelhaft, Alter. Was ist denn noch los mit mir? Wie? Oh, ich kann nicht holen. Oh, nein. Kresse Handy! Nice! Oh, fuck. Ich hab aufs Handy geguckt. Warum guck ich aufs Handy? Warum guck ich aufs Handy? Ja, verreckt. Du auch. Ah, scheiße! Ich hab hier auf meine Life geachtet. Ich wollte unbedingt noch den Gareth haben. Den Gareth... Ja, ja, ja. Verreckt. Ah, Brand, du bist so geil! Macht Spaß! So, jetzt kommt die Ult. Dann kommt die W. Was sieht am Ende nett aus? Junge! Warum immer in den klausesten Situationen? Jetzt kommst du her, Bruder. Du auch. LOL! Ich meine, natürlich lebe ich noch. Was habt ihr erwartet? B! Komm her, Bruder. Ja, Mann. Q! Zack, zack, zack! Oh, ich wollte die noch. Mann, du Assi. So, aber dich snack ich mir. Dich snack ich mir! Dich snack ich... Oh, Brand! Lern deinen Champion, Bitch! Ult! Oh! Ne? Ellis hat mich hier auf die Maul gestilliert. Ne? 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 Oh, hab ich rasiert, aaaaaaah, hab ich das ganze Team allein auseinander genommen. Ich muss nur ganz kurz wieder, was ist los? Macht das Jungs, kein Problem. Was? Ich hab noch nie so gut gespielt. Ich hab noch nie so viel Schaden gemacht. Ich hab noch nie so viele Kills gemacht. Und wir verlieren. Kann ich im Ernst sein, Alter? Ich hab noch nie so viel Schaden gemacht.